In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du bei TikTok Ads gewisse Custom Audience erstellen kannst, die dir helfen, noch mehr Verkäufe zu erzielen über TikTok Ads. Und ich erzähle dir vor allem auch, welche speziellen Audiences bei mir persönlich am besten funktioniert haben. Und da sind wir auch schon im TikTok Ads Manager. Und dieses Fenster solltet ihr erkennen. Wahrscheinlich erkennt ihr eher das Dashboard. Und hierüber ist es eigentlich relativ einfach, in das Zielgruppen-Tool zu kommen, wo ihr dann eben Custom Audience erstellen könnt. Und das Ganze funktioniert eben hier rüber, indem ihr über Assets geht und dann runter auf Audiences geht. Wie ihr die später einsetzt, kann ich euch da nochmal zeigen. Vor allem ist es aber erstmal wichtig, diese Custom Audience zu erstellen, beziehungsweise auch erstmal eine Datenquelle auszuwählen. Die Datenquelle ist meistens der TikTok Pixel, den ihr eben über Events erstellen könnt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich verlinke euch mal ein Video von mir, weil ich es schon gedreht habe, werdet ihr auf jeden Fall darüber finden. Und hier könnt ihr dann eben anfangen, Custom Audiences zu erstellen, sobald ihr eben gewisse Pixel-Daten gesammelt habt. Dann geht ihr hier oben eben auf Create Audiences und hier könnt ihr einmal auswählen zwischen Custom und Lookalike. Wir wählen natürlich jetzt eben für unsere Zwecke, weil wir ja Retargeting machen wollen, eben gewisse Engagement Audiences auch anzusprechen, gehen wir auf Custom Audiences. Und dann schlägt uns eben schon TikTok einige Optionen vor. Unter anderem ist es einmal Engagement und Website Traffic. Das sind die wahrscheinlich am meisten ausgewählten, weil über Engagement findet ihr nämlich alle Leute, die schon mal mit eurer Ad bzw. mit eurem Account interagiert haben. Und bei Website Traffic könnt ihr zum Beispiel verschiedene Events auswählen, die dann eben für euch wichtig sind bzw. die ihr gerne retargeten wollt. Was wir als allererstes machen, ich werde dann später nochmal zusammen eben auch eine Website Traffic Audience erstellen. Wir erstellen erstmal eine Engagement Audience, denn hier wird es super spannend, weil das ist auch die Audience, die am meisten Results wahrscheinlich für euch bringen wird, weil sie Leute retargetet, die eben mit eurer Ad schon mal interagiert haben. Und das ist nämlich das Spannende, das ist das, was wir bei Facebook gar nicht machen können, nämlich, dass Leute, die mit eurer Ad interagiert haben oder die gesehen haben, die können wir nochmal retargeten. Und das ist nämlich das Spannende eben jetzt hier. Heißt also, wir können hier auswählen, okay, Leute in den letzten sieben Tagen bzw. in den letzten 30 Tagen, je nachdem, wie viel Geld ihr vorher schon ausgegeben habt, wie viel Impressions, Klicks etc. eben ihr auf das Video schon habt, könnt ihr hier dann den Rahmen vergrößern. Je größer ihr natürlich irgendwie geht, desto mehr Daten habt ihr. Ihr müsst aber auch, dann dürft ihr aber nicht vergessen, je mehr Daten ihr auch hier reinpackt, desto irrelevanter wird es dann teilweise, weil wer erinnert sich an die Ad, die ihr vor 180 Tagen gesehen habt? Gar wahrscheinlich gar niemand. Ihr könnt damit sozusagen aber auch die Frequenz steuern. Das heißt also, wenn ihr natürlich eine relativ kleine Audience habt und diese kleine Audience, zeige ich mal in den letzten sieben Tagen, dann des Öfteren bespielen wollt, könnt ihr dann zum Beispiel hier auf Impression gehen. Genau, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz hier auf die verschiedenen Sachen ein. Das heißt also einmal, was bedeutet das Ganze und was bringt es vielleicht auch? Heißt also, wenn wir hier unsere Audience auswählen, können wir hier auch sagen, okay, Impression, das habe ich mittlerweile gerade erklärt. Klick, was bedeutet Klick? Ein Klick ist bei TikTok nicht der Klick, den wir jetzt bei Facebook sehen, wo er dann wirklich auf einer Webseite landet. Der Klick auf einer Ad kann zum Beispiel auch ein Like sein. Das heißt also, es ist ein deutlich größeres Engagement als es ist eine Impression. Spannend ist vor allem aber auch, gerade bei TikTok-Ads, die ein gewisses Kreativpotenzial mitbringen, heißt also eine gewisse, vielleicht eine gewisse Content-Strategie mitbringen, wo dann ab und wieder zwei oder sechs Sekunden irgendwas passiert, kann man dann das hier mitmachen. Wenn Videos dann aber teilweise zum Beispiel länger sind, was ich bei TikTok jetzt eigentlich nicht empfehlen würde, kann man natürlich auch eine von diesen Strategien, beziehungsweise von diesen Zielen hier nehmen. Heißt also zum Beispiel, habe ich ein Video, wo bei ungefähr 50% des Videos, bei zum Beispiel 30 Sekunden Video, nach 15 Sekunden etwas schon erzählt wird oder schon tiefer auf ein gewisses Thema eingegangen wird, kann man das hier zum Beispiel nehmen. Sagen wir zum Beispiel, ihr macht ein Video darüber, fünf Gründe über und nach dem zweiten oder nach dem dritten Grund passiert dann, dass Leute sich auf jeden Fall dafür interessieren. Das ist so ein bisschen der Proof dahinter. Und hier dürft ihr dann auswählen, in welcher Ad-Group das Ganze passiert ist. Und das ist nämlich auch wieder super speziell. Das heißt also, hier kann man nochmal ganz speziell auswählen, alles klar, nicht welches Video angeschaut wurde, sondern in welcher Ad-Group das Ganze passiert ist. Und hier könnt ihr dann aber auch nochmal sagen, alles klar, ich habe jetzt hier die und die Ad-Group gehabt. Und in dieser Ad-Group von diesen Leuten möchte ich bitte die Leute, die das schon mal gesehen haben in den letzten sieben Tagen, die möchte ich wieder ansprechen. Rein theoretisch könnt ihr jetzt nochmal hier die Audience auch vergrößern. Das ist nochmal eine relativ spannende Nummer. Denn hier könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ja mal nicht nur die Impressions von dieser Audience haben und von dieser Audience haben, sondern ich möchte vielleicht auch noch die Klicks aus einer gewissen Retargeting-Kampagne haben. Das heißt, ihr könnt die auch zusammen stacken. Würde ich in dem Fall nicht machen, denn ich finde es immer besser, wenn ihr eine Audience habt, die genau auf ein Thema eingeht und die ihr genau benennen könnt. Das heißt, ihr habt dann unten hier ein langsamen Problem, je größer ihr natürlich diese Rules macht, also zumindest jetzt hier vergrößern oder verkleinern, desto schwieriger wird das Ganze dann dem Ganzen wirklich eine Definition zu geben und vor allem macht das wahrscheinlich nur Sinn, wenn ihr dann auch wirklich ein relativ hohes Budget habt, das ihr dann ausgeben könnt. Und deshalb würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, entweder hier eine kleine Exclusion mit reinzupacken oder einfach wirklich das Tool hier zu nutzen und sagen, okay, ich habe 30 Tage Impression, ich möchte einfach die Frequenz meiner Markenwahrnehmung hier ein bisschen erhöhen und gehe dann hier einfach auf Impression 30 Tage und setze dann einfach ein, zum Beispiel einer gewissen Kampagne, Evergreen Q1, das wird zum Beispiel in der Q1, dass die Leute, die das Ganze in den letzten 30 Tagen oder 90 Tagen, wie auch immer, schon mal gesehen haben, dass wir denen einfach nochmal eine Ad ausspielen. Und sobald ihr damit fertig seid, habt ihr eure allererste Engagement Audience schon erstellt. Wichtig, wie gesagt, ist hierbei, dass ihr darauf achtet, hier alle Sachen gut auszufüllen, vor allem auch die Kampagne ordentlich zu benennen, damit ihr genau wisst, dann eine Kampagne, zu welchem Zeitpunkt auch gut einzusetzen ist. Worauf ich jetzt nochmal ganz kurz darauf hinweisen wollte, ist, ich habe noch einen Facebook-Online-Kurs unten von mir verlinkt, wenn ihr das Thema Facebook-Ads beziehungsweise vielleicht auch in Zukunft TikTok-Ads noch besser und beziehungsweise besser zusammengefasst lernen wollt, alle Themen, die ihr natürlich auf YouTube findet, findet ihr in diesem Online-Kurs super smart, schnell und einfach zusammengefasst mit den wichtigsten Strategien und vor allem aber auch Hands-on an einem echten Ad-Account, wie wir das Ganze auch wirklich dann in Real Life machen. Also checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab und ansonsten geht es jetzt weiter mit den TikTok-Ads. Dann eine Kampagne, zu welchem Zeitpunkt auch gut einzusetzen ist. Genau, dann möchte ich euch natürlich noch zeigen, Website-Traffic, das ist das Zweite, was ich jetzt eben gesagt habe, heißt also, das funktioniert fast ganz ähnlich, das heißt also, wichtig hierfür ist es, dass ihr euren Pixel ordentlich installiert habt, dass vor allem aber auch alle Events da sind, die ihr dafür braucht und jetzt könnt ihr anfangen, Audiences zu erstellen. Und ich sage euch gleich, es ist natürlich schön, dass wir sagen, hey, okay, alle Leute, die zum Beispiel hier schon mal eine Order platziert haben, also eben einen Kauf getätigt haben, in den letzten 30 Tagen, denen wollen wir nochmal eine ganz gewisse Ad ausspielen. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass wenn wir so eine Ad haben, dass es natürlich so ist, dass wir nicht alle Leute erreichen, weil wir natürlich einen gewissen Datenverlust einfach haben, weil auf der Webseite das iOS 14.5 Update natürlich nicht alle Daten sammeln kann und dadurch, dass wir hier, sage ich mal, auf 180 Tage gehen, haben wir natürlich in den letzten 180 Tagen eine relativ große Audience, wenn wir Place and Order haben. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, es sind relativ wenig Leute im Vergleich zu einer Engagement Audience, im Vergleich zu Website Traffic. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel denkt, alles klar, ich mache jetzt eine Retargeting Audience, ich will die mal unbedingt ausprobieren, dann geht hier vielleicht auf View Content, versucht die Audience ein bisschen größer zu halten und schaut, dass ihr vielleicht entweder View Content oder Page View mit rein nehmt. Page View sind letztendlich das gleiche über Facebook. Immer wenn jemand eine Seite wechselt, dann wird ein Page View Event ausgelöst und dann könnt ihr hier oben auswählen, alles klar, welchen Pixel wollt ihr da mit reinpacken und das gleiche könnt ihr hier auch machen. Ihr könnt nochmal exkluden, ist aus meiner Sicht nicht wichtig. Ihr könnt letztendlich zum Beispiel sagen, okay, alle Leute, die Neukunden sind, heißt also Page View gemacht haben und dann exkludet ihr hiervon Place and Order beziehungsweise Complete Payment und dann habt ihr jetzt endlich nur die Neukunden, wenn ihr hier die richtigen Tagesdinger einstellt. Ich persönlich kann euch auf jeden Fall empfehlen, geht hier auf eine relativ große Gruppe ein, heißt also zum Beispiel View Content 180 Tage und dann schmeißt denen ein gewisses Angebot entgegen, weil das zum Beispiel ist dann wieder was, okay, ich habe eine relativ große Zielgruppe, ich gebe denen eine gewisse Möglichkeit, mit mir zu interagieren, eben durch das Angebot, und dann kommen wir relativ schnell schon zu einer relativ hohen Frequenz in kurzer beziehungsweise mit wenig Budget, weil eben durch das Tracking über den Pixel einfach nicht so viele Events da sind, wie wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze mit dem Impression 90 Tage haben. Und somit würde ich euch dann auf jeden Fall empfehlen, schmeißt hier das Ganze mit Page View rein und gebt dem Ganzen hier eben zum Beispiel 90 Tage oder 30 Tage, schaut dann unbedingt auch nach 24 Stunden, wie groß ist eure Audience geworden und dann solltet ihr eigentlich good to go sein und eure erste Retargeting-Ad erstellen können. Genau. Was ich euch jetzt nochmal ganz kurz als Tipp mitgeben kann, denn TikTok Custom Audiences sind vor allem auch extrem praktisch, wenn ihr dann zum Beispiel hier eine gewisse Kampagne habt. Zum Beispiel hatte ich mal eine Kooperation mit einem Influencer, das wird immer wieder regelmäßig gemacht, heißt also wir kooperieren mit einem Influencer, dann haben wir ein eigenes Adset, wo drin steht, okay, Kooperation XY, hier hatten wir damals mit Monty's Tagebuch zusammengearbeitet, und er hat für uns ein Video produziert und auch diese Daten können wir wieder nutzen. Alles klar, alle Leute, die mit diesem Video interagiert haben, die das gesehen haben, dem schießen wir dann zum Beispiel eine Black Friday Offer raus oder dem haben wir dann eine gewisse andere Ad raus, die dann dafür eben spannend ist. und somit kriegen wir dann verschieden größere Custom Audiences zusammen und können dann damit arbeiten und in verschiedene Kampagnen eben auch spielen. Heißt also, wir haben einfach den Vorteil, wir können die Frequenz dadurch steuern, wir können dadurch auch vor allem aber auch sagen, okay, gewisse Retargeting Audiences und so weiter. Was ist jetzt eigentlich mit Lookalike Audiences? Darüber möchte ich noch mal ganz kurz am Schluss jetzt sprechen. Mit Lookalike Audiences. Darüber möchte ich noch mal ganz kurz am Schluss jetzt sprechen, denn Lookalike Audiences sind auch eine sehr, sehr spannende Sache, die wir bei TikTok Ads nutzen können. Dafür brauchen wir aber ein grundlegend hochwertiges, dafür brauchen wir aber ein grundlegend hochwertiges Datenquelle und eine Lookalike Audiences funktioniert actually ganz genauso wie auch bei Facebook, nur dass wir jedem eine große Änderung haben, nämlich die Contain- oder Ormit-Möglichkeit. Das heißt, wir können auch Leute ausschließen aus unserer Source. Heißt also, wir können hier eine Custom Audience auswählen. Ich habe jetzt aktuell keine aktiven Custom Audiences hier drin. Ihr wählt letztendlich eine hochwertige Custom Audience aus, wie zum Beispiel Complete Payment. Ihr habt gewisse Leads oder sowas. Wichtig ist, dass ihr zum Beispiel hier Impressions nicht wählen solltet oder beziehungsweise Pageview nicht wählen solltet, weil das aus meiner Sicht absolut keine hochwertige Audience ist. Und hier unten wählt ihr dann aus, alles klar, TikTok, Top Buzz, Buzz-Videos, Pangle. Das würde ich in dem Fall nicht auswählen. Gebt dem Ganzen eben auch eine Location mit. Und dann könnt ihr sagen, Narrow Balance Broad. Ich würde am Anfang, wenn ihr noch nicht so hohes Budget habt, dann würde ich erstmal auf Balance gehen. Broad ist dann wirklich, wenn ihr eure Zielgruppe dann erweitern wollt. Heißt also, wenn ihr schon eine gewisse Frequenz in eurer Zielgruppe erreicht habt, die Marke von euch schon relativ breit aufgestellt ist, dann würde ich hier sagen, geht auf Broad und Narrow. Könnt ihr mal gegen Balance testen und schauen, was würde bei dieser Lookalike am besten funktionieren. Und dann haut ihr einfach Lookalike hier unten rein, habt dann eine neue Zielgruppe. Wichtig ist dabei, es ist keine Retargeting Audience. Es ist keine Audience, wo ihr ein Angebot rausschließen könnt, sondern es ist eine Audience, die ihr einfach letztendlich nutzen könnt, um neue Leute für euren Shop bzw. euer Angebot oder euer Produkt kennenzulernen. Und solltet ihr jetzt also noch Fragen haben und irgendwas darüber wissen wollen, was ich hier jetzt genau erklärt habe, wo ich nochmal tiefer drauf eingehen soll, was ich nochmal genau erklärt habe, schreibt mir unbedingt einen Kommentar. Mich würde es mega freuen, vor euch weitere Videos zu machen, um euch weiterhelfen zu können. Und ansonsten lasse unbedingt ein Abo da, um nichts mehr von meinen Videos zu verpassen. Mich würde es mega freuen, wenn wir eine coole Community zusammen bekommen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.